HSV. Wir müssen reden. Moin und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe unseres HSV-Podcasts. Mein Name ist Kai Schiller und an meiner Seite begrüße ich nach einer gefühlten Ewigkeit hier im Studio, am großen Burster, unseren Kolumbien-Urlauber, Hendrik Jakobus. Buenos Dias, Hendrik. Buenos Dias, Kai. Spanisch hat er auch gelernt. Gelernt, ja. Und zum anderen vor dem Rückrundenstart am kommenden Sonntag gegen Eintracht Braunschweig. Ein Gast, der tatsächlich schon mal gegen Braunschweig auch in der Bundesliga gespielt hat, vor noch gar nicht allzu langer Zeit gegen Braunschweig auch getroffen hat. Und, ja, ich glaube, man kann sagen, einer der beliebtesten HSV-Profis der vergangenen zehn Jahre ist. Herzlich willkommen oder Buenos Dias, y Benvenido, Pierre-Michel Lasoga. Vielen lieben Dank. Mein Spanisch ist nicht ganz so gut, aber ich bin trotzdem sehr froh, heute hier zu sein. Ja, sehr schön. Wir freuen uns natürlich auch von meiner Seite nochmal herzlich willkommen. Auf Französisch müsste man wahrscheinlich eher sagen, ne? Bienvenu, oder? Was hat es da mit Aufsicht mit deinem Französisch? Ist auch Verbesserungs... Ja, muss ich mich auch noch verbessern, aber... Bonjour, ça va? Salut, alles Mögliche. Je m'appelle Pierre. Ist alles... So ein kleines Repertoire hat man sich definitiv aufgebaut. Ich habe schon gehört im Vorgespräch, du kannst sogar mittlerweile auch einen Techniker bestellen und ihm sagen, was er zu tun hat, ne, im Haus? Richtig. Das erste Haus rechts weiß ich zumindest schon mal, was es auf Französisch heißt. Das wollen wir jetzt einmal kurz hören. C'est la première maison à droite. Stark. Ja. Très bien, très bien. Merci. Dazu musst du vielleicht ganz kurz erklären, weil das nicht jeder weiß. Ihr habt euren Lebensmittelpunkt, das kann man so sagen, nach Südfrankreich verlegt. Ist das so richtig? Ja, Lebensmittelpunkt jetzt nicht unbedingt. Es ist eigentlich eher hauptsächlich für den Sommer angedacht, den in Südfrankreich zu verbringen. Gerade so ein bisschen, dass wir zwischen Südfrankreich und Hamburg ein wenig hin und her pendeln. Aber vermehrt waren wir jetzt. Die Zeit haben wir trotzdem in Südfrankreich verbracht, ja. Ich hätte es ehrlich gesagt unikärt gemacht. Ich würde den Winter in Südfrankreich verbringen und den Sommer in Hamburg, weil im Winter ist es doch hier irgendwie nicht so ganz angenehm. Ja, aber wir schätzen ja sehr gerne die Weihnachtsmärkte und die sind traditionell, glaube ich, in Deutschland schon mit am besten. Absolut. Trotzdem kannst du vielleicht, du bist jetzt hier in Hamburg, da freuen wir uns drüber, aber warum seid ihr gerade in Hamburg und was sind aktuell so gerade, was planst du gerade? Ja, also wir sind natürlich über die Weihnachtstage und Neujahr nach Hamburg gekommen und einfach die Zeit mit Familie und Freunden natürlich zu verbringen. Aber, ja, ich wollte mich jetzt auch nochmal einfach für den Januar-Transfermarkt auf Vordermann bringen, weil ich nach wie vor mega Lust verspüre, Fußball zu spielen. Ja, und hoffe einfach, dass sich vielleicht jetzt nochmal die nächsten Tage auch eine Möglichkeit ergeben wird. Und, ja, das war auch mit dem Grund, warum wir jetzt die ganze Zeit Zeit in Hamburg waren, weil ich hier, ja, mit meinen Leuten mich, ja, gut vorbereiten kann, um einfach, wenn es eine Möglichkeit gibt, einfach auch parat zu stehen und bereit zu sein, ja. Ja, vielleicht finden wir da auch noch die Kurve zum HSV, der sucht ja auch noch eine Sturmalternative zu Robert Glatzl. Am Wochenende geht es wieder los mit dem Spiel zu Hause gegen Eintracht Braunschweig. Du hast es schon gesagt, du machst dich jetzt erstmal hier fit in Hamburg und wir haben auch ein bisschen recherchiert und haben gehört, du hast da den ein oder anderen Personal Trainer schon am Start. Und, ja, direkt zum Einstieg hören wir auch jetzt mal gleich einen davon. Eine Frage hätte ich, mal gucken, ob wir die beantworten können. Und wer ist zurzeit der Schlechteste in zwei Kontakten? David? Kusi? Oder Pierre selbst? Mal gucken, ob er diese Frage beantworten kann. Ja, das war direkt zum Start. Kusi Kwame von der Ride the Future Academy. War früher selbst mal beim HSV, zwei mittlerweile, ja, Privattrainer. Trainiert den einen oder anderen HSV-Spieler auch. Ja, Luis Holtby, glaube ich, auch schon mal, Aaron Hunt waren alle bei ihm. Jetzt du auch. Ja, ja. Und jetzt wollen wir wissen, was hat es mit den zwei Kontakten auf sich? Meint er dich etwa oder was? Nein, 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 natürlich nicht. Also, ich mache die Spieler nur besser um mich herum, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich muss leider Gottes sagen, dass Kusi da momentan ganz weit hinten ansteht. Also, ich versuche ihn auf mein Level zu bringen, aber er ist besser geworden, deutlich besser in einer Woche. Aber er hat, ja, noch deutlich mehr Potenzial rauszuholen. Aber es macht Spaß, also mit den Jungs zu trainieren, das einfach nochmal so. Mir fehlt natürlich schon seit enormer Zeit einfach dieses Kabinenfeeling natürlich auch so zwischendurch. Und einfach mit den Jungs zusammenzukommen, auch mal einfach ein bisschen Blödsinn quatschen, Fußball-Sachen austauschen. Das tut einfach gut, das tut auch der Seele gut. Und dann macht das Training auch umso mehr Spaß. Wenn man halt jeden Tag alleine trainiert, muss man jeden Tag seinen Schweinehund überwinden. Und irgendwann, ja, quillt er da so ein bisschen aus den Ohren raus. Und das einfach jetzt nochmal richtig cool mit den Jungs. Mit den Jungs heißt, wer ist dann da so dabei? David, haben wir gerade gehört? David, richtig, das ist ein Athletiktrainer. Kusi spezialisiert sich natürlich ein bisschen mehr aufs Fußballerische. Und der ein oder andere, manchmal ist noch ein Tennisspieler da oder sowas. Also man hat auf jeden Fall was Ähnliches wie in der Kabine, was man sich da so schafft. Und das macht mega Spaß. Und ja, das Training vergeht dann wie im Flug. Wie halt so ein schönes Fußballtraining halt. Und du bist jeden Tag gerade da bei den Jungs? Ja, also sechsmal die Woche jetzt gerade. Sonntag ist ein kleiner Ruhetag. Und ansonsten wird Vollgas gegeben. So zwei, drei Stunden am Tag. Und ja, ich glaube, das ist gerade auch notwendig, um einfach dann auf Abruf auch einfach da zu sein. Und wenn es die Möglichkeit sich ergibt, muss man halt dann auch funktionieren. Und kann nicht sagen, ich brauche jetzt erstmal noch drei, vier Wochen. Also deswegen, es macht derbe Spaß und es hat auch seine Nutzen auf jeden Fall. Es spricht vom Zweikontaktspiel. Ich meine, es heißt eigentlich immer eher, der erste Kontakt ist sehr wichtig, oder? Auch gerade beim Stürmer. Ja, absolut. Ich glaube, das ist auch eine meiner Paradedisziplinen, mit einem Kontakt in der Box abzuschließen. Aber ich muss sagen, zwei Kontakte ohne Oberschenkel, ohne Kopf, bin ich überraschenderweise sehr gut. Ja, ich überrasche mich manchmal auch selbst. Wo macht ihr das in Hamburg? Das ist tatsächlich direkt beim Tennisstadion am Roten Baum. Und das ist da unten direkt in einem so Areal. Also das ist jetzt wie so ein kleines Fitnessstudio, so ungefähr unten drin im Tennisstadion. Okay. Der Hintergrund ist ja klar. Also du warst ja schon, du warst jetzt drei Jahre in Katar, bist glaube ich seit Sommer vertragslos. Willst dich sehr gerne wieder in Form bringen, um nochmal anzugreifen. Die Frage ist so ein bisschen, welche Klubs du dir vorstellst, welche Liga du dir vorstellst. Und das interessiert nicht nur uns, sondern das interessiert auch noch einen Kumpel von dir, der immer noch beim HSV ist. Und den wollen wir einmal ganz kurz hören. Hey Lasso, was mich brennend interessiert, ist ja die Frage, wo sehe ich Pierre-Michel Lassoga kurz oder aka PML demnächst wieder. Ich bin sehr gespannt. Erzähl mal bitte, was da jetzt bei dir kommt. Ganz liebe Grüße. Ciao. Das war Tom Mikkel, der Torhüter des HSV. Und ja, er möchte wissen, wo wir PML. Das ist eine sehr gute Frage. Wie gesagt, also ich bin prinzipiell, bin ich offen für alles. Also ich will mir da keine Option irgendwie verschließen. Also natürlich wäre es irgendwie optimal, in Deutschland irgendwie nochmal was zu finden, wenn es in der zweiten Liga irgendwie was gäbe. Wäre es natürlich auch sehr gut. Und deswegen, also ich bin relativ flexibel und offen für jegliche Möglichkeit. Ich will einfach nochmal Fußball spielen. Ich habe nach wie vor Spaß am Fußball. Ich brenne nach wie vor für Fußball. Ich weiß trotzdem auch noch, was ich kann. Und ich weiß, dass ich vielen Mannschaften definitiv weiterhelfen kann mit der Art und Weise, wie ich Fußball spiele und mit der Art und Weise, was ich vor dem Tor kann. Und deswegen, es wäre schade, wenn das nicht mehr zur Geltung kommen würde. Vielleicht kannst du ja mal ein bisschen aus einem Nähkästchen plaudern. Im Sommer hast du dich aus Katar verabschiedet. Gab es da schon direkt Optionen auch, möglicherweise woanders zu spielen, im Ausland oder sogar in Deutschland? Ja, das Sommertransferfenster war sehr, sehr schwierig. Es gab zuvor, so im vorherigen Wintertransferfenster, gab es ein paar Optionen, die angefragt hatten. Aber das kam für uns damals, kam es jetzt noch nicht in Frage, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und das Sommertransferfenster hat sich sehr, sehr schwierig gestaltet. Ich glaube, es hat einfach auch sehr viel damit zu tun, dass ich natürlich aus Katar zurückgekommen bin, die Informationen über mich nicht hundertprozentig vorhanden waren, Analysen und wie es natürlich heutzutage so im Fußball alles ist. Und viele Vereine natürlich auch vermehrt jetzt in dieser Zeit auf die Jugend setzen. Und dann viele Sachen ausprobieren, plus dass die Weltmeisterschaft vor der Tür war. Viele Sachen, die eine Rolle gespielt haben und deswegen hat sich leider Gottes nichts ergeben. Und wie gesagt, ich hoffe einfach, dass ich eventuell jetzt, wo vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung gefragt wird, im Wintertransferfenster, dass sich da vielleicht nochmal was ergibt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und wie gesagt, ich bin offen für alles und höre mir sicherlich auch gerne alles an. Die Transferfristen sind ja klar, aber du dürftest ja in der Theorie auch außerhalb dieser Transferfristen zuschlagen. Absolut, ja. Also deswegen, für mich gilt das Transferfenster jetzt nicht so, aber natürlich sind die Vereine am aktivsten im Transferfenster. Deswegen spielt das natürlich trotzdem eine Rolle. Aber wenn jemand Anfang Februar auf die Idee kommt und Lust hat, mich zu verpflichten, natürlich, das geht jederzeit für mich. Du hast eben einmal gesagt, es gibt hier und da dann Anfragen. Wo landen die eigentlich? Du hattest mal einen Berater aus Belgien. Deine Mutter hat das eine Zeit lang gemacht. Wo landen die dann aktuell? Macht das deine Mutter noch? Nein, meine Mutter macht das nicht mehr. Dafür ist meine Frau zuständig. Die kümmert sich um all die Angelegenheiten, die mich betreffen. Nicht nur fußballerisch, sondern auch alles weitere drumherum. Hoffentlich auch alles weitere drumherum. Ja, ja, ja. Und ja, deswegen. Also sie ist ja heute auch mit hier. Falls sich irgendwie jetzt zufällig einer meldet, dann können wir auch live berichten. Wir werden auf jeden Fall aufpassen, ob das Telefon gleich klingelt. Vielleicht erklären, wie deine Frau dann erreichbar ist, oder? Wo kann man sich melden dann als potenzieller Verein? Natürlich am einfachsten übers Telefon. Ich glaube, mittlerweile sind Telefonnummern ja auch einfach herauszukriegen. Und natürlich. Alles andere finde ich immer nicht ganz so seriös, wenn man über Instagram und all die Geschichten. Ist immer sehr, sehr schwierig für mich persönlich. Also ich glaube, der Telefonkontakt ist dann immer noch der sinnvollste, würde ich jetzt mal behaupten. Hendrik hat das ja eben so ein bisschen aus Spaß gesagt. Der HSV sucht noch ein Backup für Robert Latzel. Ich habe trotzdem einmal nachgefragt. Gab es irgendwann mal für dich doch nochmal die Idee oder den Moment oder auch eine lose Anfrage nach Hamburg zurück zu können? Oder hat das sich nie ergeben, seitdem du weggegangen bist? Also eine Anfrage, nicht mal eine lose Anfrage gab es, um ehrlich zu sein. Aber ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß, was dieser Verein mir bedeutet, durch was für Zeiten wir durchgegangen sind, wie viele schöne Momente wir hatten, wie viele echt nicht so schöne Momente wir hatten. Und deswegen, das vergisst man nicht, das trägt man für immer in seinem Herzen. Und das werde ich wahrscheinlich auch noch in 50, 60 Jahren meinen Kindern, meinen Enkeln erzählen, was man da alles durchgemacht hat. Und deswegen, ja, wenn irgendwie mal was kommen sollte. Ich, wie gesagt, ich bin offen für alles. Und der Verein ist immer eine Herzensangelegenheit und ich würde mich reinschmeißen, wie ich mich immer reingeschmissen habe für den Klub. Aber man muss auch realistisch sein. Ich glaube, dass der HSV, wie soll ich sagen, vielleicht andere Wege mittlerweile geht. Und da weiß ich nicht, ob man da eventuell zusammenkommen könnte einfach. Du hast gesagt, du bist offen für alles. Das wollen wir jetzt direkt überprüfen. Hoffen für alles. Es gibt ja noch einen Klub in Hamburg. Auch die suchen immer once in a while einen Stürmer, einen guten, der weiß, wo das Tor steht. So offen für alles? Manchmal. Das spricht dich in Verlegenheit, ne? Es ist schwierig. Es ist schwierig. Der HSV ist absolut mein Verein. Aber es ist halt leider Gottes auch manchmal ein Geschäft, ja. Man muss einfach ehrlich sein und man weiß nie, wo man hingeht. Und deswegen muss man sich Optionen offen lassen, ja. Man kann nicht immer allen nur, wie soll ich sagen, gefallen tun. Weißt du, was ich meine? Und ich hoffe einfach, dass ich nochmal einen Verein finde und am besten ohne in Probleme zu kommen. Schön umschifft. Pauli, es gab ja auch mal eine ähnliche Geschichte mit Alex Mayer. Der war mal ein halbes Jahr vereinslos, hat St. Pauli im Winter Stürmer gebraucht. Und er war dann da, hat richtig gut funktioniert. Ihr habt ja noch gegeneinander gespielt. Der hat für dich ein bisschen besser funktioniert. Ja, heißt ja nicht, dass man nicht mehr weiß, was man kann, wenn man ein halbes Jahr nicht Fußball gespielt hat. Man spürt ja immer noch, da sind ja auch Instinkte, die vor allem Stürme ausmachen. Ja, und ich bin ja nicht auf die Welt gekommen und habe gedacht, jetzt muss ich den ganzen Tag trainieren, wenn der Ball gegen den Pfosten knallt, wo ich stehen muss. Sondern das hat man einfach in sich. Ja, und das hat man auch nach sechs Monaten ohne Fußball in sich. Wahrscheinlich werde ich es auch, wenn ich irgendwann mal alte Herren spiele, noch in mir haben, so ungefähr. Ja, weil es einfach in mir steckt. Und deswegen hat es auch mit dem Alex Mayer funktioniert, obwohl er sechs Monate keinen Fußball gespielt hat, weil er halt einfach eine brutale Insider hat. Und die hat er halt einfach. Und deswegen konnte er so erfolgreich sein, auch für Pauli. Und deswegen bin ich auch guter Dinge, wenn ich die Möglichkeit bekomme, dass ich auch funktionieren werde. Ich möchte das Thema FC St. Pauli nicht ausreizen, aber du könntest dich ja da tatsächlich ziemlich intensiv informieren, wenn du das wollen würdest. Es gibt jemanden beim FC St. Pauli, den kennst du ganz gut und der spielt da und auch der hat eine Frage an dich. Moin Digga, Volke hier. Sag mal, wie kommt es eigentlich, dass du nie gegen mich getroffen hast in einem Pflichtspiel? Da muss ich direkt nachfragen. Ich habe es jetzt ehrlicherweise nicht recherchiert, aber das war natürlich Sascha Burchert. Hast du überhaupt mal ein Pflichtspiel gegen Sascha Burchert gehabt? Ja, zweimal gegen Greuther Fürth. Mit dem HSV. Ja, und ich hieß das halt immer mit besten Freunden. Man hat halt so seine Probleme, jemandem wehzutun. Und ich glaube, ich hatte halt immer gewisse Hemmungen halt einfach. Ich war froh, dass dann andere in die Bresche gesprungen sind und uns die Siegtreffer in den Spielen geschossen haben. Aber ja, mit Sascha habe ich immer so meine, wie soll ich sagen, meine Probleme. Selbst im Training hat er mir manchmal so ein bisschen, weißt du, so im Training, wenn du halt Elfmeterschießen machst und eigentlich ohne Druck da stehst, hatte ich gegen ihn Druck. Ja, so und deswegen, ja, wir kennen uns jetzt schon so lange und deswegen, ich hoffe einfach, dass ich vielleicht nochmal die Möglichkeit kriege in Liga 2 und wie der Zufall will, vielleicht spielt er genau in dem Spiel für Pauli. Es ist aber Glück, dass er damals in der Relegation nicht dann für Fürth gespielt hat. Richtig, sonst hätten wir Probleme gehabt. Dafür habe ich seine Hochzeit verpasst. Wegen des Relegationsfraens. Richtig, richtig. Aber, ja, ich muss sagen, es ist echt eine der wenigen Freundschaften, die im Fußball über sehr, sehr lange Zeit bei mir im Leben, ja, einfach bestehen und ich bin froh, ihn auf jeden Fall in meinem Leben zu haben, ja. Also die Freundschaft besteht ja tatsächlich schon über zehn Jahre, weil ihr habt zusammen bei Herder BSC zusammengespielt. Richtig, ja. Wir sind seit 2013 zusammen aufgestiegen und mir wurde erzählt, dass diese Aufstiegsfeier sehr legendär gewesen sein soll. Ich weiß nicht, ob du weißt, was gemeint ist und vielleicht ein bisschen aus dem EKS hier plaudern kannst. Ähm, wir sind ja zweimal tatsächlich aufgestiegen. Zusammen auch? Ja, zweimal zusammen. Stimmt, stimmt. 2011 war, glaube ich, der erste, ja, 2011 war der Aufstieg, dann sind wir direkt wieder abgestiegen und mit dem legendären Relegationsspiel in Düsseldorf. Düsseldorf, genau. Und, äh, 13 wieder aufgestiegen und, ähm, ja, ich, ich sag mal so, wir haben auf jeden Fall die Bühne gerockt und, ähm, an Tagen wie diesen lief auch das ein oder andere Mal, ja. War wahrscheinlich erst 2013, 2013, ne? Ja, 2013 erst, ja, 2011 wäre ein bisschen zu früh gewesen. In Berlin gibt es auf jeden Fall viele Bühnen, die man rocken kann. Kannst du noch verraten, wo ihr damals gefeiert habt? Oh, das war ein altes, äh, 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 Fachwerkhaus oder eine Halle, ähm, wo das ganz genau war, kann ich dir, kann ich dir gar nicht sagen. Ein paar Jahre her? Ja, ein paar Jährchen her. Also, du bist zweimal aufgestiegen mit Hertha Weiß, also, wie man aufsteigt. Der HSV möchte das ja eigentlich auch sehr gerne seit 2018, hat es bislang noch nicht geschafft. Schafft er es dieses Jahr? Gefühlt bin ich jedes Jahr guter Dinge, dann kommt so ein bisschen diese Winterzeit, wo der HSV immer wieder einbricht. Ich hoffe einfach, dass sie, dass sie dieses Jahr gut aus den Puschen kommen und, ähm, ich glaube, mit Braunschweig haben sie einen guten Start erstmal, um gut in die Saison zu starten. Und, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn sie es dieses Jahr nicht schaffen, dann weiß ich auch nicht. Also, ähm, die Konkurrenz dieses Jahr hält sich auch, auch, auch in Grenzen. Natürlich Darmstadt, äh, Paderborn, alle Mannschaften, die so ein bisschen drumherum sind, äh, sind, sind gut dabei. Aber der HSV ist da schon einfach, äh, ja, muss man einfach sagen, der Favorit. Ähm, wenn man jetzt sieht, schon wieder in der Bundesliga, wer unten alles rumkrebst, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, sollte der HSV dieses Jahr auf jeden Fall versuchen, alles da ranzulegen, aufzusteigen. Weil wenn, keine Ahnung, wenn Schalke wieder runterkommt, Hertha, äh, 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 ja, dann kommen nächstes Jahr auf einmal wieder, wieder, äh, richtige Brocken runter, die auch unbedingt hoch wollen, ja. Das ist halt dieses Jahr nicht der Fall, ähm, mit Fürth und Bielefeld, die hatten jetzt nicht die Ansprüche, sofort wieder, äh, nach oben zu kommen und das ist einfach die Chance des HSV dieses Jahr. Und, ähm, ja, ich, ich glaube, die ganze Stadt sehnt sich jetzt nach so langer Zeit endlich mal wieder nach Bundesliga-Fußball. Und, ähm, ich glaube, ich glaube, dieses Jahr werden sie über die Ziellinie gehen, alles andere, ja, könnte ich mir nicht vorstellen. Muss ich einmal korrigieren, der HSV ist eigentlich aus der Winterpause immer ganz gut rausgekommen. Irgendwann im Frühjahr kam dann der Einbruch auf, mit dir damals 2018, 2019, Doppelpack gegen Sandhausen, erstes Spiel nach der Winterpause von La Zorga. Dann kam eigentlich eine ganz gute Phase und irgendwann so nach dem Derby seid ihr dann eingebrochen. Kannst du dir so mit ein paar Jahren Abstand noch erklären, warum dieser Einbruch so, ja, so stark ausgefallen ist? Ich, 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 ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass einfach, ähm, ich, ich sehe es ja noch wie heute quasi vor mir, dass wir, äh, gegen Darmstadt, äh, ich glaube, relativ schnell 2-0 geführt haben, äh, nach dem Derby, am Ende als Verlierer vom Platz gegangen sind. Und so wie man sich in, 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 in so einen Flow, positiven Flow gespielt hat, haben wir uns in so einen negativen Flow reingespielt. Und egal, was wir, was wir dann auf einmal gemacht haben, äh, hat auf einmal nichts mehr funktioniert, wenn ich überlege, wie gut wir in diesem Derby gespielt haben, wie gut wir dann auf einmal die 30 Minuten gegen Darmstadt an die Wand gespielt haben, also, ähm, äh, das, 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 äh, das sind trotzdem Momente, die man nicht vergisst und dann verlierst du auf einmal 3-2. Ähm, und dann kam das eine zum anderen, ja, keine Ahnung und, ähm, dann auf einmal sind es zwei Spiele, die du nicht gewinnst, dann auf einmal steigt der Druck, du musst gewinnen, du musst gewinnen. Das macht ja auch immer was mit, mit Spielern und, ähm, ganz blöd einfach, dass du halt am 33. Spieltag trotzdem noch die Chance hattest, Obwohl du schon sechsmal verloren hast, äh, in Paderborn immer noch die Chance hast und da dann auch wieder, wieder versagst, äh, obwohl du drei Wochen vorher, äh, im Pokal, äh, ich will nicht sagen einfach weitergekommen bist, aber, äh, Ja, äh, äh, relativ easy durchgekommen bist durch das Spiel und, ähm, ja, man muss sagen, ich glaube, das war einfach dann Versagen an, an allen, äh, Positionen und, ähm, ich glaube, das hat sich einfach wie, wie beim HSV klassischerweise dann die nächsten Jahre wie so eine Seuche, wie so ein Virus, äh, 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 fortgesetzt und da wollen wir mal einfach hoffen, dass das dieses Jahr nicht der Fall ist, also, äh, sonst muss man das echt mal hinterfragen, also, es sind ja so viele Trainer ausgetauscht, Spiele ausgetauscht und trotzdem gab es immer die Frühjahrskrise, äh, die letzten Jahre, ähm, ja, wenn, dann müsste man das echt mal hinterfragen. Kannst du nochmal kurz trotzdem erzählen, wie das mit der Stimmung damals war, weil es gab ja bei dir und bei Luis Holp, wie erinnere ich mich, so Unklarheiten, wie es dann nach dem Jahr weitergeht, hat euch das persönlich dann beschäftigt, waren das zu viele Unklarheiten, das hat man ja auch bei St. Pauli letztes Jahr gehört, dass es da irgendwie zu viel Ungewissheit gab, was passiert, wenn ihr aufsteigt, ähm, war das vielleicht auch ein Grund, so im Nachhinein? Ähm, tatsächlich nicht, also, ich kann jetzt nur, äh, für, für mich sprechen, mich, mich hat es eigentlich gar nicht, äh, gar nicht aus der Bahn geworfen, äh, für mich war eigentlich nur klar, dass, dass ich, äh, mit dem HSV wieder in die erste Liga will, ja, ob ich dann nach dem Jahr da geblieben wäre oder nicht, äh, mein Ziel war es einfach nur aufzusteigen. Es, es hat nicht geklappt, das, das wird wahrscheinlich auch immer an mir nagen, dass es, dass es nicht geklappt hat, aber, ähm, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, da sind manchmal ein bisschen wie auch Ausreden einfach, ja, wir sind alle Profifußballer, wir müssen mit den, mit den, mit den Sachen, äh, einfach auch umgehen können und, ähm, wenn, wenn sich einer jetzt da tagtäglich immer mit beschäftigt, oh, was mach ich nach der Saison, was, was mach ich da, ähm, ich glaube, ich glaube, ähm, wenn man aufsteigt, ja, ich glaub, das wär auch Pauli letztes Jahr so gegangen, dann wären wahrscheinlich 85 oder 90 Prozent der Verträge verlängert worden, ja, weil, äh, du kannst nicht 12, 13 Leute, äh, raushauen, die, die dich grad in die erste Liga gehauen haben, ja, aber wenn du natürlich versagst und nicht aufsteigst, äh, machst du, äh, machst du es auch der Geschäftsführung natürlich einfach, zu sagen, okay, äh, das, das war's jetzt, ja, und, äh, ich glaube, dass einfach, äh, wären wir aufgestiegen, wären wahrscheinlich, äh, noch ein paar Spieler, äh, da geblieben, ja, aber so war es natürlich einfach ein konsequenter Schritt, dass man sich, äh, getrennt hat, dass, dass man sich irgendwie versucht hat, neu aufzustellen für die nächsten Jahre und das ist halt normal im Fußball und alles andere, dass man sich jetzt da monatelang, äh, äh, deswegen keine Spiele gewonnen hat, ist einfach, äh, Quatsch dann auch einfach. Du warst fünf Jahre beim HSV und hast ja selber eben nochmal gesagt, das ist eine besondere Verbindung, du bist hier einfach sehr, sehr lange gewesen und hast auch immer noch eine Verbindung zu Hamburg. Wie schwer fiel dir das dann nach dem Nichtaufstieg, äh, Hamburg zu verlassen? Äh, natürlich, äh, fällt es einem schwer, äh, den Verein, den Verein zu verlassen, mit dem man so viel durchgemacht hat, ja, wie, wenn, wenn ich überlege, wie oft wir in der Bundesliga im Abstiegskampf gesteckt haben, dass, dass, auch wenn es, wie oft ich zu Hause saß und dachte, mein Gott, also können wir nicht einfach mal irgendwie um Tabellenplatz 10, 9, äh, mal spielen, wirklich jeden, jeden Winter saßt du da in Hamburg bei minus, äh, 5 Grad, äh, schon depressive, äh, Wetterstimmung und dann auch depressive Stimmung in der Kabine, aber das hat einen auch irgendwie zusammengeschweißt, ja, dann bist du wieder ins nächste Rettungstrainingslager gefahren und hast das gemacht und das sind einfach Momente, die man, die man, die man einfach, einfach behält und natürlich, wenn du dann nach so einer Intensiven und man muss halt einfach sagen, wir haben halt, glaube ich, einmal mit Bruno sind wir auf Platz, Platz 10 gelandet, ansonsten waren es immer intensive Jahre, ja, und das macht natürlich einem mit einem was und deswegen, äh, wenn man dann, wenn man dann nach so langer Zeit, äh, den Verein verlässt, lässt man trotzdem auch mal alles Revue passieren und das macht natürlich einen auch sentimental, ja, man, man, man geht dann trotzdem den nächsten Schritt, man, man macht weiter, so ist das Leben halt, aber, ähm, ja, man vergisst diese Zeiten dann trotzdem nicht und deswegen, ähm, es ist, es ist trotzdem schon, schon hart gewesen, damals zu gehen, ja. Wenn du gerade diese ganzen Trainingslager ansprichst, da gab es ja wirklich einige, also du hast sie alle mitgemacht, oder? In Malente, in Basinghausen. Ach, der Geist von Malente, ja, wir, wir, wir haben sie alle, alle überlebt und alle gemeistert und, äh, die meisten auch erfolgreich, äh, gemeistert und ich muss sagen, dass, man, man kann ja sagen, äh, was, was man will über so Rettungstrainingslager und Kurztrainingslager, ähm, manchmal, manchmal hat das trotzdem so eine gewisse Anspannung auch rausgenommen, ja, es hat auch oft Spaß gemacht, man hat ja nicht nur trainiert den ganzen Tag, sondern man hat auch Sachen mit der Mannschaft gemacht, wir waren angeln, wir waren Boot fahren, äh, äh, wir haben auf dem Schießstand gewesen, all, all die Sachen, die, die nehmen ja trotzdem auch mal kurz ein bisschen Anspannung von dem, von dem Alltag und dem Druck, den man dann, äh, im Abstiegskampf einfach ausgesetzt ist und es, und es hat Spaß gemacht und jeder Trainer hat ja trotzdem irgendwie so seine, seine Art und Weise gehabt und, äh, wir hatten ja auch einige Trainer, mit denen wir das gemacht haben und, ähm, trotz der stressigen Zeit waren es auch schöne Momente, die man hatte, ja. Tom Mikkel ist nur noch ein einziger HSVer da, der auch diese ganzen Jahre mitgemacht hat, der vermisst sich sehr, außer, wie er sagt, die 4 gegen 4 Duelle im Training gegen dich und weißt du, wer gemeint ist? Äh, boah, gute Frage, stehe ich auf dem Schlauch. Dann helfen wir dir und, äh, hören ihn mal. Moin Lasso, ich hab gehört, heute du bist Gast in einem Podcast, deswegen ich wollte dich grüchen. Erstmal danke für alles, wir haben schöne Zeit zusammen gehabt, du bist eine coole Junge und immer freundlich und lustig, ja. Ich hab, äh, paar schöne Memories, das wollte ich mit dir teilen, weil du bist, äh, weil ich bin froh, ich muss nicht mehr mit dir 4 gegen 4 spielen, weil, für mich war lustig, weil du bist immer sauer, wenn dein Mannschaft verloren und, ja, ich hoffe, deine Familie geht gut und, ja, wenn du in Hamburg bist, einfach melden, ich hab mittlerweile eine 4er-Sign, ja, ich kann dich durch in der Ecke bringen, wenn du was brauchst. Ja. Ich bin ein Grüß aus Hamburg, deinem Baka. Schöne Worte von Baka Riata. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Du vermisst ihn sicherlich auch, oder? Ja, natürlich. Baka hat ja direkt, ähm, bei mir um die Ecke gewohnt und ich hab ihn das ein oder andere mal, äh, mit zum Training genommen. Als er noch keinen Führerschein hatte. Ja, richtig und, ähm, ja, ich glaub, der Junge hatte auch, äh, anfangs eine sehr schwierige Zeit, auch was er die letzten, ähm, ja, paar Jahre durchgemacht hat, war ja auch immer nicht ganz so einfach und, ähm, hab die ein oder andere Diskussion auch einfach um die ganze Geschichte nicht verstanden, ja, der Junge, der will einfach nur Fußball spielen, ist einfach ein richtig herzensguter Mensch und dass man da einfach immer solche Geschichten aufmacht oder irgendwie versucht, was, was Negatives zu finden, das, das hat er einfach nicht verdient, weil, äh, keine Ahnung, 60.000 feiern ihm zu und auf einmal bist du der Arsch der Nation einen Tag später so ungefähr und jeder versucht irgendwie eine Geschichte rauszukramen und das, das verdient man einfach nicht, weil ich glaub, der Junge hat einfach schon viel zu viel durchgemacht und, äh, ist dafür einfach eine, eine herzensgute Seele, ja, was, was er einfach, äh, ja, wie, wie er mit Menschen umgeht, wie er auf Menschen zugeht und so, der, der lässt einen auch im, im Profifußball dann doch nochmal auf den Boden der Tatsachen auch einfach, äh, wieder zurückkommen und, ähm, ja, das sind einfach auch, auch schöne Geschichten, die der, die der Fußball einfach schreibt. Kannst du dich noch erinnern? Ich, also ich erinnere mich noch, damals im Schnee kam er plötzlich dann zum Probetraining, keiner wusste so recht, wie er ist. Ich erinnere mich auch noch bis heute, äh, Schwierigkeiten, Schwierigkeiten mit der Ballannahme, äh, man dachte sich so, oh, was macht er? Und dann ist er angefangen zu rennen bei minus 10 Grad, wo keiner Lust hatte zu rennen, so, und, äh, keiner kam mehr hinterher. Äh, ja, und bis heute hat er einfach, äh, einen riesen Fortschritt gemacht, ja, man muss einfach sagen, dass man einfach sieht, äh, wie viel, wie viel Mühe er sich einfach die, die letzten Jahre gegeben hat, wie er sich auch, auch sportlich entwickelt hat und er war sich auch nie zu schade in der Anfangszeit dann, äh, wieder zu den Amateuren oder da und, äh, hat er auch alles über sich ergehen lassen, um einfach diese, diese Chance, die er, äh, in diesem Leben halt bekommen hat, einfach zu nutzen und, und heute lebt er das und ich, ich bin einfach froh, dass, dass er das auch so gut macht und mittlerweile echt ein, ein, äh, enorm wichtiger Teil der, der HSV-Mannschaft ist, ja. Ein enorm wichtiger Teil, ich hab schon eben gesagt, er ist eigentlich der Einzige, der in der Bundesliga-Zeit zusammen mit Tom Mikkel noch schon beim HSV war. Würdest du ihm auch zutrauen, dann, wenn es klappt mit dem Aufstieg, äh, dass er ein wichtiger Teil der Mannschaft in der Bundesliga sein kann? Äh, ich, ich glaube absolut, dass er, dass er, äh, dass das Potenzial hat. Ähm, es hängt natürlich auch immer ein bisschen, ein bisschen von den Trainern ab, ne, wie, wie, wie sie mit einem umgehen, wie sie einen fördern, äh, wie sie auch einen versuchen zu, äh, verbessern. Ich glaube, jeder, jeder von uns hat immer, äh, das Potenzial, sich zu verbessern und, äh, Bacca hat eine Stärke, die, die ihm keiner jemals nehmen kann und das ist einfach seine brutale Schnelligkeit, ja, und den Rest, äh, Ballannahme, Ballkontrolle, Abschlüsse, das sind Sachen, äh, das sind trotzdem, äh, Flanken, äh, das sind Sachen, die kann man trainieren, ja, und deswegen, ich kann mir einfach, wenn ich sehe, wie er sich halt, äh, die letzten fünf, sechs, sieben Jahre entwickelt hat, äh, ist das ja schon, äh, so, so viel mehr, als, als wir damals, äh, als junger Bursche bei uns ankamen und deswegen, also, äh, das Potenzial ist, ist riesig bei ihm und ich kann mir absolut vorstellen, wenn, wenn er den richtigen Trainer an seiner Seite hat, äh, dass er auch in der Bundesliga, äh, für Furore sorgen kann, definitiv. Hat er ja auch damals schon, ich erinnere mich an das Spiel damals auf Schalke, es ging, glaube ich, um alles und nichts und er hat von Anfang an gegen Kolasin an der Stelle gespielt, du kamst nachher rein, hast das 1-1 gemacht. Ja, ja, ich werde die Szene auch nie vergessen, hat Backer sich den Ball genommen in der ersten Halbzeit, ist einmal kurz, äh, an allen vorbeigejoggt, äh, so sah es für ihn aus, äh, und keiner ist hinterhergekommen, nur der Abschluss war, äh, man wusste, ich weiß bis heute nicht wieder, weil er an der Eckfahne landen konnte, Mitte, Mitte des Tors, aber, äh, er hat einfach enorme, enorme, äh, 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 Voraussetzungen, ja, mit, mit dieser Schnelligkeit und der Rest ist erlernbar und deswegen, äh, ich, ich weiß, also alle Bundesligaspiele, die, die, die er gemacht hat, äh, er hatte einfach diese Unbekümmertheit und ich hoffe, dass er sich die beibehält, ja, weil er, er war noch nicht von diesem ganzen Fußballkosmos so eingenommen wie vielleicht andere, die ab, von klein auf damit groß werden halt einfach und ich hoffe, dass er das einfach, äh, ja, sich bis zu seinem Karriereende beibehält, weil, weil ihn das auch einfach ausmacht, ja. Du hast gesagt, das kommt auch ein bisschen auf den richtigen Trainer an. Kennst du eigentlich Tim Walter? Hast du jemals mit ihm Kontakt gehabt in deiner ganzen Zeit? Nee, tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht. Aber ich, äh, ich, ich muss sagen, dass, äh, ich glaube, was er, was er macht, äh, hat, hat sicherlich, äh, Hand und Fuß und, äh, macht auch, äh, für mich nach außen guten Eindruck. Ähm, und ich finde halt einfach mal gut, dass, dass eine gewisse Konstante jetzt gerade mal auf der Trainerbank ist beim, beim HSV. Ähm, natürlich muss jetzt irgendwann mal, äh, der nächste, äh, Step dann auch kommen, aber, ähm, ja, bei, bei dem ganzen Chaos, was, was jahrelang, äh, in dem, in dem Klub herrschte, ist so eine Konstante dann mal auf der Trainerbank auf jeden Fall schon mal ein, äh, Schritt in die richtige Richtung und ich glaube, ähm, dass, wenn es so weitergeht, ähm, wie gesagt, ich, ich bin guter Dinge, dass sie, dass sie aufsteigen, hoffe einfach nur, dass das dann auch, äh, für die Bundesliga gilt, ne, weil das natürlich dann wieder ein ganz anderer, äh, eine ganz andere Geschichte ist. Konstant gibt es ja jetzt auch auf der Position des Managers, also Jonas Bolt hat jetzt gerade verlängert, ist jetzt seit fast vier Jahren dann da, Tim Walter hat verlängert, ähm, Jonas Bolt, kennst du den eigentlich noch aus seiner Zeit in Leverkusen? Er war damals, glaube ich, schon Chef-Scout? Äh, nee, vielleicht ist man sich mal über den Weg gelaufen, aber, äh, ich, ich hab's jetzt nicht, nicht vor Augen, also so jetzt direkten, äh, Kontakt hatten wir noch nie, ne. Okay, aber einen der Verantwortlichen, den kennst du auf jeden Fall noch, das ist nämlich Marcel Jan, über den hast du zusammen gespielt, der ist jetzt am Wochenende, am Sonnabend bestätigt worden als Präsident des HSV, äh, gibt's noch irgendwie Kontakt zu, zu, zu Cello? Ihr habt, wie gesagt, ein paar Jahre zusammen gespielt. Ja, wir haben ein paar Jahre, äh, zusammen gespielt, auch viele schöne Momente, äh, durchlebt, ähm, aber Kontakt war jetzt, äh, gerade irgendwie nicht mehr da, ich glaube, ist einfach auch so ein bisschen, ich glaube, hat auch gerade sehr viel zu tun, ähm, von meiner Seite war es jetzt auch nicht, äh, gerade so aktiv, aber, äh, wenn wir uns mal irgendwie so sehen, äh, wir verstehen uns immer noch gut und so, ne. Also ich muss sagen, äh, mit, mit, mit Cello habe ich mich, äh, immer gut verstanden, er ist ja auch, äh, ein Mensch, der immer sehr, sehr viele gute Ideen hatte, äh, geschäfts-, geschäftsmäßig, äh, sehr, sehr tüchtig unterwegs gewesen und deswegen eigentlich auch, äh, äh, sehr guten Weg, den er eingeschlagen hat, ne, immer irgendwie, äh, auf, auf Herausforderung aus und deswegen, ähm, ja, freut mich, äh, dass er, dass er wiedergewählt worden ist, aber ist natürlich auch trotzdem sehr hitziges Geschäft, was ich so immer mitkriege. Klar, so Mitgliederversammlungen sind beim HSV schon was Besonderes. Hat dich das als Spieler eigentlich so interessiert, so diese Vereinspolitik oder war das jetzt irgendwie ein, ja, so, womit man sich als Spieler nicht so beschäftigt hat? Also ich muss, ich muss persönlich sagen, dass ich mich eher weniger damit, äh, beschäftigt habe, weil als Spieler hast du eigentlich irgendwie so relativ wenig, äh, ich will nicht sagen zu sagen oder, äh, es wird jetzt da nicht drauf gehört, sondern, ähm, es ist irgendwie nicht so meine Thematik so richtig, ja. Natürlich, wenn jetzt irgendwie eine Mitgliederversammlung war, dann sieht man schon, was hat sich verändert, was ist passiert, klar, damit setzt man sich schon irgendwie auseinander, aber dass ich jetzt so richtig tief in der Thematik drin bin und, ähm, äh, da da alles mitmache, nee, da muss ich, muss ich mich leider entschuldigen, da war ich nie so der Typ für. Das heißt dann ja oft so, wenn es Streitigkeiten irgendwo im Vorstand gibt, das kann auch irgendwann mal bei der Mannschaft ankommen, würdest du das so bestätigen als Spieler oder ist das eigentlich, ähm, Quatsch, weil man als Spieler dann doch irgendwie auf seinen Trainer guckt und auf seine Kollegen und das, was im Verein passiert ist, gar nicht so. Ähm, äh, es ist, äh, es ist ein schmaler Grad. Also, ich, wie gesagt, man kann ja auch immer nur so für sich, für sich selber ein bisschen aussprechen, weil, weil jeder auch irgendwie anders vom Typ ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass das den einen oder anderen Spieler irgendwie auch mal, äh, 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 ein bisschen, äh, ein bisschen um den Verstand bringt, wenn jetzt wirklich die ganze Zeit immer nur Palaver im Klub ist, ganzer Diskussion, Reibereien, ähm, keine Ahnung. Wir haben ja auch viele Geschichten, äh, miterlebt, äh, die, die, äh, die man immer irgendwie von sich weg, wegschieben muss, weil man wird ja dann auch von, 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 von der Presse drauf angesprochen, obwohl du gar nichts damit zu tun haben willst, sondern dich einfach nur aufs Spiel im Wochenende konzentrieren willst. hatten diese Sachen eine viel höhere Wertigkeit als das Spiel am Wochenende und deswegen konfrontiert wird man schon davon, aber man will das natürlich irgendwie beiseite schieben und sich jetzt nicht da, äh, damit auseinandersetzen, weil im Endeffekt muss man halt sagen einfach, dass, äh, die Mannschaft, das Trainerteam, äh, vielleicht noch der Manager, äh, der Sportvorstand, so, das ist so ein bisschen mehr so die, die, die Truppe, auf die man guckt und da, hat man ja, sag ich mal, jetzt eher weniger die Reibereien, die in den höheren Etagen, äh, dann an der Tagesordnung manchmal waren bei uns, äh, deswegen, äh, hat man alles mitgekriegt, aber man hat's auch gerne versucht, einfach beiseite zu schieben, damit man sich einfach auf das konzentrieren kann, was wichtig für uns war und das waren halt die Spiele am Wochenende oder unter der Woche. Du hast eben im Vorgespräch gesagt, dass du schon am, am Sonnabend im Ticker die Mitgliederversammlung, beziehungsweise, dass, dass Marcel Jensen Präsident bleibt, mitbekommen. Wie hast du denn den HSV sportlich die letzten Jahre verfolgt? Konntest du zum Beispiel in Katar, konntest du die Spiele gucken? Äh, ja, tatsächlich, ähm, ich, äh, hatte die Möglichkeit, ähm, über, ja, so Internet, Fernsehen, äh, ähm, Fußballspiele zu, zu verfolgen und, ähm, deswegen, also wenn's, wenn's die, äh, Zeit hergab und, und, äh, war ja manchmal auch ein bisschen Zeitverschiebung, hat's eigentlich immer ganz gut funktioniert, dass ich, dass ich mir die Spiele, äh, angucken konnte und, ähm, deswegen auch so, äh, Relegationsspiel letztes Jahr, äh, angeschaut, ähm, also immer, immer auf jeden Fall, äh, up to date, so immer, wenn's, wenn's in die spannende Phase war, äh, hab ich, hab ich immer, immer zugeschaltet und, ähm, weil, äh, auch wenn man nicht mehr viele Spieler kennt, ist der HSV trotzdem, äh, der Verein, äh, der mir, der mir sehr nahe ist und deswegen schau ich mir gerne, weil, äh, man ist so ergriffen, ja, man will endlich mal, dass er, dass sie wieder nach oben gehen und, 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 und hofft einfach und denkt dann halt jedes Mal, wenn's wieder in die Hose geht, oh, musste mal wieder nicht sein, ist ja nicht so, dass, äh, Mannschaften besser waren oder was, weiß ich nicht, das war ja nie der Fall, sondern es war immer immer eigene Schuld, irgendwie nicht ans, ans Potenzial wieder, äh, rangekommen und, ähm, deswegen, also verfolgen tue ich's immer, äh, überall, wo ich, wo ich auf der Welt bin und, ähm, muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich, wie gesagt, nach wie vor guter Dinge bin, dass es dieses Jahr klappt. Du hast ja auch noch einige ehemalige Kollegen, mit denen du noch guten Kontakt hast von deiner Zeit beim HSV, äh, vergangenen Sommer, meine ich, hast du geheiratet in Südfrankreich, da waren wahrscheinlich auch ein paar HSV-Spieler dabei, oder ehemalige HSV-Spieler, von allem wissen wir auf jeden Fall, er hatte eine relativ kuriose Rückreise, ähm, ja, hast du eine Idee, wen wir malen könnten? Äh, Polle vielleicht? Äh, Maxi? Maxi? Maxi, Polle? Maxi ist das Stichwort. Okay, Maxi, gut, ja. Pia, hier spricht Maxi, ich hoffe, dir geht's gut, ähm, wir haben ja zusammen deine Hochzeit gefeiert letztes Jahr und, ähm, die war natürlich, bevor ich's vergesse, traumhaft. Ähm, aber natürlich meine Frage an dich, warum, damit du's den Leuten erklärst, warum musste ich aus Südfrankreich drei Tage lang mit dem Auto deinen Hund bis nach Hamburg bringen? Ich glaube, das würde die Leute, äh, interessieren. In diesem Sinne, trainier fleißig weiter, ich hoffe, dir geht's gut soweit, ähm, ja, lass was von dir hören und viel Spaß noch mit Kai im Podcast. Und Henrik. Also, drei... Maxi Beißer war das? Ja. Und du guckst gerade so, als ob du die Geschichte gar nicht kennst, oder? Doch, natürlich, ich hab ihn ja beauftragt. Ach so, nein, so noch. Ähm, ja, äh, der Flugverkehr ist momentan sehr problematisch, äh, und, ähm, Hunde mitzunehmen ist gefühlt gerade nur mit Eurowings, äh, äh, möglich. Und unser Hund ist relativ klein und ist jetzt auch nicht so, ah, der, der beste Flieger. Also, sie mag es nicht unbedingt wirklich, also, sie, sie, sie mag es nicht und, ähm, Maxi war sowieso auf dem Weg nach, äh, nach Hamburg und, ähm, da dachten wir, was gibt's Schöneres, äh, als sie, Maxi mitzugeben. Maxi ist auch ein Hundeliebhaber. Er, wir wussten, ihr geht's bei ihm gut und, äh, deswegen, äh, hatte ich vollstes Vertrauen und tatsächlich, äh, es hat sich auch ausgezahlt, äh... Er hat die Fracht sicher zurückgemacht. Ja, ja, also, äh, Maxi hat einen klasse Job gemacht und ich bin, äh, ihm sehr, sehr dankbar und auch mega stolz auf ihn, dass er so prima gemacht hat. Haben wir das geklärt? Also, Maxi war da, das wissen wir jetzt, äh, ich glaub, Aaron Hunt war da, Sven Schiplock, Holpi, nee? Nee, 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 nee. Alle nicht? Äh, Polle war noch da, Polerspeck, Julian Polerspeck war noch da, äh, und das war's schon. War schon weit, ne? Polle hat's auch nicht so weit gehabt, ne? Von Limo? Nee, 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 Polle ist ganz, äh, ganz entspannt mit dem Auto, Auto angereist, also, für ihn, für ihn war's ja ein Heimspiel quasi, ja. Wir haben aber noch einen Hamburger, der da war, ähm, aber keinen Spieler. Uiuiui. Wir müssen reinhören. Bevor du zu lang weißt, genau, hören wir einmal rein. Moin, Pierre, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hab gehört, du bist heute im Podcast vom Hamburger Abendblatt am Start. Meine Frage lautet, wo sind die legendären Aufzeichnungen, als wir als Duo musikalisch brilliert haben? Du weißt genau, was ich meine, Lemon Tree. Das würde ich mir gerne nochmal in Ruhe anschauen. Schöne Grüße, viel Spaß. Das war der frühe Sky-Reporter Jurek Rohrberg, der mittlerweile ins Trainergeschäft eingestiegen ist und bei Gräuter Fürth sein Unwesen treibt. Unglaublicherweise, ja. Jetzt weiß ich nicht, ob ich fragen soll, ob du singen möchtest oder was hat's mit Lemon Tree auf sich? Oh, nee, nee, nee. Nee, ich hab ein bisschen Stimmprobleme heute Morgen. Kannst du jetzt gerne dein Handy wieder rausholen? Nee, tatsächlich war es sehr, sehr lange Zeit zurück. Hatte ich eine Gitarre zu Hause und hab mir fest vorgenommen, Gitarre spielen zu lernen. Hat nie richtig geklappt, muss ich ehrlich gestehen. Hab immer nur einfach drauf rumgespielt und Jurek kam einen Tag mal vorbei. Und wir hatten, glaube ich, Playstation gespielt und haben dann irgendwie aus dem Nichts angefangen, so ein bisschen Karaoke-mäßig zu Hause zu singen. So ein bisschen die Texte auf dem Fernseher draufgespielt und angefangen zu singen. Und ja, dann sind wir bei Lemon Tree gelandet. Ein legendäres Lied. Es gibt aber Beweise dafür noch, es gibt eine Aufzeichnung. Natürlich, natürlich, aber die sind im Archiv, die sind ganz schwer ranzukommen. Sind die bei uns im Archiv, Kai? Nee, in diesem Archiv nicht. Bist du dir sicher? Ja, ja, hundertprozentig. Wir haben auch einen guten Giftschrank, kann ich nur sagen. Ja, 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 aber da sind die nicht drin. Ist nirgendwo hochgeladen, nirgendwo erschienen. Ähm, und, äh, ja, ist bis heute so ein Running Gag zwischen uns und gefühlt auf jeder Geburtstagsparty oder Hochzeit oder was auch immer, äh, trellern wir. I'm sitting here. Ja, in a boring room, ja, natürlich, aber, äh, ähm, ja, soweit kommt es schon, dass meine Tochter es auch schon morgens, äh, anfängt anzustimmen. Also, das Lied ist, ähm, ja, ich würde jetzt nicht sagen, mein absolutes Lieblingslied, aber es, es gehört zu meinen Favoriten und es ist immer ein Ohrwurm, wenn man's, wenn man's hört. Und, ähm, Jurek und ich haben's mit der Gitarre versucht, äh, zu spielen. Dass Jurek sowas ganz gut kann, gab's ja auch schon mal beim VfL Rosberg zu sehen, mit Bas Doss. Ja, ja, richtig, das legendäre Video kenne ich auch, ähm, aber, ähm, ja, Jurek ist auch ein ganz feiner Kerl und ich hoffe, ich, also ich wünsche ihm auch sehr viel Erfolg jetzt bei, bei seinem, äh, ja, neuen Job im, ja, Trainergeschäft, muss man ja wirklich sagen und, äh, ähm, bis jetzt, äh, sieht's ja auch sehr, sehr gut aus, ne, also, läuft gut. Direkt mal eine Meisterschaft geholt, ne, auf Zypern. Die Meisterschaft jetzt, äh, auch mit Fürth, äh, ist auf jeden Fall in die, in die richtige Richtung gegangen, ne, also, ähm, ja, scheint wohl auch seine, seine Handabdrücke dorthin zu hinterlassen. Also, auf jeden Fall ist es überraschend gewesen, dass er von Sky, also vom TV-Business dann jetzt das, das, das Trainergeschäft neu aufrollt. Wie ist es mit dir? Also, du willst ja noch ein paar Jahre spielen, das wissen wir, aber kannst du dir dann auch irgendwann vorstellen, in die gleiche Spur abzubiegen? Äh, äh, vorstellen kann ich's mir absolut. Ähm, das auf jeden Fall ist. Auf jeden Fall, äh, ne Idee, die auch, auch in meinem Kopf schwirrt, ja, dass, dass, äh, wenn, wenn Tag X näher rückt, äh, wann das sein wird, weiß ich nicht, ähm, dass, dass ich mich auch, auch, äh, mit den Trainerlizenzen auseinandersetze und, und mich auf jeden Fall diesbezüglich gut aufstelle, dass, äh, wenn ich darauf Lust habe, ähm, das auch schon alles, alles in der Tasche habe. Also, das werde ich auf jeden Fall machen. Und dann kann ich's mir auf jeden Fall vorstellen. Mein, mein ganzes Leben besteht aus Fußball. Ich hab, äh, so viele, äh, Trainer, äh, erlebt, äh, wo man, wo man manche Dinge mitnimmt, äh, manche Sachen vielleicht lieber beiseite lässt, äh, manche Sachen nicht versteht, warum die getan wurden, warum, warum das so ist, aber, äh, man hat so viele, keine Ahnung, ich, ja, seit drei Jahren, seitdem ich drei bin, spiele ich, spiele ich Fußball, äh, wahrscheinlich ein paar Jahre später fing ich seriöser an, aber, äh, das sind fast, äh, 30 Jahre, ja, und, äh, da hat man einfach eine Erfahrung und, äh, ob es dann nachher Jugendbereich ist, wo man sich vielleicht, äh, eher sieht oder dann, äh, doch, doch im, äh, Männerbereich, äh, das, das weiß ich jetzt noch nicht. Ich glaub, das muss man sich dann auch einfach mal ausprobieren, annähern und, ähm, aber ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, in diese, in diese Richtung auch später zu gehen, ja. Du hast auf jeden Fall ja noch ein paar andere Talente, haben wir auch recherchiert, äh, unter anderem hat das mit dem Thema Kochen zu tun, ähm, ja, ich glaube, wir hören da jetzt mal eine Frage von deiner Frau Salina. Wann hast du vor, dein erstes Kochbuch zu veröffentlichen? Also, wenn es mit dem Trainergeschäft nicht klappen sollte, wäre das möglicherweise eine Alternative, du bist ein guter Koch, du sollst auch ein guter Bäcker sein. Ja, ja. Wurde uns gesagt und jetzt ist die Frage, wann du dein erstes Kochbuch veröffentlichen möchtest. Sehr gute Frage, sehr gute Frage. Ich glaub, äh, man stellt sich das immer einfacher vor, als es dann tatsächlich ist. Ich glaub, so ein Kochbuch, äh, ist auch sehr zeitintensiv. Ich glaub, da muss man sich mal richtig, äh, Gedanken für machen. Aber es ist auf jeden Fall eine gute Idee, das vielleicht, äh, jetzt mal langsam anzufangen, dass das vielleicht in drei, vier Jahren vielleicht mal der Fall sein könnte. Ich hab schon einen Titel für dich. Haute Cuisine à la Pierre Michel. Ja, ja, klingt auf jeden Fall sehr ansprechend. Muss man natürlich auch gucken, ob das für die breite Masse natürlich ist. Soll ja auch nicht nur für die Belle Etage sein, ne? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, das fing, fing irgendwann im Juni oder so an letzten, letzten Jahres, äh, dass ich einfach mal losgelegt habe, äh, zu kochen, um, äh, meiner Frau ein bisschen, äh, ja, zu unterstützen, ihr ein bisschen Arbeit abzunehmen. Ähm, und, ähm, ja, dann hab ich mich ein bisschen in so einen Rausch gekocht, ja, und es bis heute nicht, äh, äh, sein lassen. Und, äh, bis jetzt hat alles echt, ähm, geschmeckt, was ich gemacht habe. Und jetzt seit, äh, knapp vier Wochen oder so bin ich dann jetzt auch noch, äh, unter die Bäcker gegangen, dass ich dann mal irgendwie so dachte, ach komm, ich versuch mal eigenes Brot zu backen. Äh, hat so mit Bananenbrot angefangen, dann, äh, richtiges Brot, äh, mal ein bisschen süßer, so zur Weihnachtszeit ein bisschen mehr mit Zimt, äh, ähm, ja, jetzt, äh, American Pancakes gemacht, dann jetzt mal ein paar flachere Pfannkuchen, also, äh, Waffeln. Also, die Kinder sind auch sehr angetan, äh, und es macht mir, äh, sehr, sehr viel Spaß und vor allem morgens, wenn man mit den Kindern halt aufsteht, hat man gleich irgendwie so, so was mit den Kids zu tun, äh, wo sie, wo sie einem auch bei helfen. Also, so zwei Fliegen mit einer Klatsche, äh, äh, erledigt und, ähm, ich muss tatsächlich sagen, es, es, es macht mir sehr, sehr viel Spaß und, ähm, das mit dem Kochbuch, äh, ist auf jeden Fall eine gute Idee, also. Machst du es denn ganz klassisch mit Kochbuch noch oder guckst du dann online? Ähm, kommt immer drauf an, wenn ich natürlich jetzt so irgendwie was im Kopf habe, aber nicht weiß, wie ich es erstmal anfangen soll, natürlich gucke ich dann erstmal so irgendwie online, so, äh, wie, wie da so die Schritte sind, aber viele Sachen so, so, wie ich jetzt, sag ich mal, würze oder so, mach ich einfach mal so nach Gefühl und bis jetzt, ich glaube, ein, zwei Mal ist es ein bisschen, äh, in die Hose, aber ein bisschen zu scharf, aber, äh. Ich kann es verraten, meine Frau lacht sich im Hintergrund. Ja, 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 aber. Wahrscheinlich alles so gut, äh, ja, ja, mir schmeckt's, mir schmeckt's, das ist immer das Wichtigste, aber, äh, nein, äh, Spaß beiseite, es, 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 es macht mir sehr, sehr viel Spaß und, ähm, mit dem Kochbuch tatsächlich, das werde ich mal in Erwägung ziehen, äh, vielleicht muss man mal so eine Instagram-Abfrage machen, dass jetzt, äh, ob die Leute das wollen, dass ich das mache. Ich glaube, die Leute wollen das. Die Leute wollen das. Dein Abfrage ist Lieblingsgericht? Äh, mein Lieblingsgericht, äh, ich muss echt sagen, meine Lasagne ist schon, hui, hui, hui. Lasagne de la Lasaga. Ui, sehr gut, ja. Klingt, ja, klingt nach einem Topseller, würde ich sagen. Ja, ja. Aber erst mal, willst du noch im Fußballgeschäft angreifen, das haben wir schon ein paar Mal gesagt, macht, also Essen macht ja manchmal süchtig, macht Fußball süchtig. Definitiv, ja. Also, es, es, äh, alles andere wäre, wäre schwachsinnig, wenn ich das sagen würde, weil, ähm, es gibt sehr, sehr viele schöne Momente im Fußball und sehr, sehr viele Momente, die, die einfach unbeschreiblich sind, die Sachen in dir auslösen, die, die nichts anderes auf der Welt auslösen können. Ähm, und es gibt Sachen, die dich sehr, sehr tief fallen lassen und, äh, ja, gefühlt schon fast depressiv werden lassen, ja. Und ich glaube, das, das sind einfach, äh, du bleibst nur dran, wenn du halt immer an diese krassen Momente denkst und wenn man halt so, ich hab's noch nie gemacht, aber wenn man natürlich so Drogenabhängige hört, äh, denen geht's manchmal ähnlich, ja, dass sie immer nach diesem Kick suchen, Kick, Kick, Kick und das im Fußball manchmal, muss ich ganz ehrlich sagen, auch, du suchst immer nach dem Kick, du wolltest immer dieses Tor schießen, du willst, äh, immer der Matchwinner sein, du willst, dass diese Menschenmassen, äh, dich anfeuern, deinen Namen schreien, ja, das, äh, löst in dir was aus. Wenn du auswärts spielst, dass du auf einmal, äh, gehst 1-0 in Führung, das ganze Stadion ist einfach leise, ja, auch das löst in dir was aus, du hast einmal kurz 60, 70.000 Menschen, äh, verstummen lassen, ja, und deswegen, ja, Fußball ist auch eine Droge, ja, die in dir Sachen halt einfach rauslöst. Gibt's da so ein Tor, an was du denkst, was dich so total berauscht hat, also beim HSV, da gab's ja einige, an die ich mich erinnere, sind Derbys gegen Werder oder natürlich auch das Tor dann in Fürth, da war's dann relativ leise im Stadion. Natürlich auch dieses Tor, das 3-2 gegen Augsburg, äh, hier zu Hause, äh, vor der Nordkurve, wenn ich mir das heute noch anschaue, da krieg ich manchmal einfach Gänsehaut zu Hause, ja, also es, es waren schon sehr, sehr viele Tore, äh, die, die was, äh, in mir ausgelöst haben, deswegen eins speziell rauszunehmen, ist immer sehr, sehr schwierig. Natürlich, das Tor in Fürth, äh, das, das, das war jetzt einfach nicht nur, dass man ein Spiel gewonnen hat, man hat eine ganze Saison gerettet, einfach mit der Geschichte, deswegen wird das wahrscheinlich das Tor sein, äh, womit Leute mich immer am krassesten in Verbindung halt einfach, einfach bringen, ja, was, was wahrscheinlich auch das Krasseste in mir ausgelöst hat, ja, ich, ich kann's immer nur so beschreiben, äh, dass gefühlt so ein 80 Kilo Rucksack, äh, 90 Minuten auf dir, auf dir gelastet haben, ich, man wusste gar nicht, wie man sich bewegen sollte und nach 90 Minuten war auf einmal, hast du dich gefühlt wie ein, äh, Supermodel, so, äh, zierlich, leicht, äh, und, äh, ja, wahrscheinlich ist das so der, der krasseste Moment gewesen, ja, wie zum Beispiel trotzdem auch ein Jahr später Karlsruhe, schon wieder, äh, auch geisteskrank, aber das sind halt Momente, die extrem sind, ja, und man hatte trotzdem auch viele Momente, äh, selbst das Tor auf Schalke, äh, ja, gut, wenn ich da an diesen Jubelauf denke, äh, dann merkt man schon, dass da was, ja, 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 wahrscheinlich noch unter 10 Sekunden war der wahrscheinlich, ja, der schnellste meiner, meiner Karriere, aber, er kam nicht mal bei Karriere damit, nee, nee, aber da sieht man halt, was, was sowas in einem auslösen kann, ja, und, ähm, deswegen, also, das, das sind, äh, einfach, einfach gigantische Momente und, ähm, nur ein Tor einfach rauszunehmen, äh, ist, ist sehr, sehr schwierig, also, es gibt zu jedem Tor, die Gefühle stecken noch in mir und die kann ich erklären, aber nur das über eins zu beschreiben, ist sehr, sehr schwierig. Du bist ja jetzt seit einem halben Jahr vereinslos und kannst diese Momente im Moment nicht haben, bist du dann manchmal zu Hause und brauchst das, dass du es dann tatsächlich hier bei YouTube oder wo auch immer mal, mal anguckst, um diese, um diese Gefühle zu spüren, zu haben, zu erinnern? Äh, nein, also, ab und zu lasse ich, äh, schaue ich mir mal natürlich so ein paar Tore an, äh, einfach, äh, um es auch mal, äh, keine Ahnung, meiner Tochter zu zeigen, meinem, meinem Sohn einfach, äh, das, das immer mal ein bisschen näher zu bringen, ähm, aber ich bin manchmal auch so ein kleiner Spinner, dass ich dann einfach in den Garten gehe und aufs Tor schieße, dann hole ich mir trotzdem auch so ein bisschen, ich war immer schon so ein Selbstkommentator, ja, diese, diese Kinder, die im Garten so ein ganzes Spiel kommentiert haben, äh, was am Ende 2020 ausgegangen ist, äh, äh, so, so war ich immer und das bin ich auch noch heute, wenn ich, äh, glaube ich, alleine im Garten spiele und eine Kamera auf mich, äh, gerichtet wäre, wo ich es nicht mitmerke, das sollte man besser nicht sehen, glaube ich, aber es, es macht mir einfach, es macht mir einfach Spaß und deswegen, selbst in diesen Momenten, wenn ich im Garten bin, merke ich halt, dass, dass Fußball immer noch Teil meines Lebens ist und dass ich, äh, mit diesem Kapitel einfach noch nicht aufhören möchte. Ist dein Kleiner dann schon dabei? Dein Kleiner Sohn? Oder ist er noch? Ähm, das Problem ist, glaube ich, dass jetzt, jetzt geht's erst los, glaube ich, die meisten Vereine nehmen ab drei Jahren erst und er wird ab im März jetzt drei Jahre alt. Aber so ein Schuss in den Garten kann man schon mal... Ja, natürlich, da, da ist er, ist er, ist er dabei und, äh, ja, ich, ich glaube, er könnte schon, auch von seiner Statur her, äh, mein Nachfolger irgendwann werden, definitiv, ja, da sehe ich großes Potenzial. Du gehst das Ganze ja auch sehr professionell an, wir haben es schon gehört, jetzt bist du bei, äh, Ride the Future und du machst dein Privattraining, das war aber ja ehrlicherweise immer in deiner Karriere so, dass du, dass du, ja, professionelle Hilfe gesucht hast. Ich kann mich erinnern, dass du zum Beispiel einen eigenen Physiotherapeuten hattest, der, als du nach Leeds ausgeliehen warst, den trotzdem du über einen hast fliegen lassen, um dich behandeln zu lassen. Warum eigentlich? Also gab es, hatte Leeds keine eigenen Physiotherapeuten oder warum brauchtest du dann immer deine speziellen Leute, sage ich mal? Naja, ich glaube, weil ich einfach ein spezieller Typ bin. Also, ähm, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, dass, ähm, jetzt mal auf, auf dieses Physiotherapeutische, äh, ähm, drauf zurückzugreifen ist, dass, ähm, dass jeder Körper unterschiedlich ist, ja, und, ähm, man muss nach einer gewissen Zeit, äh, merkt man halt einfach, dass zum Beispiel Physiotherapeuten im Fußballbusiness sich mit 25 Spielern beschäftigen müssen, ja, und sich manchmal dann nicht so die Zeit nehmen oder dass manchmal ein bisschen eher abgearbeitet wird, äh, je nach Wichtigkeit, wie du jetzt gerade, äh, im Kader, im Kader zur Verfügung stehst, so ungefähr. Und, äh, mit, mit meinem Physio war es halt einfach so, dass man sich halt nach, nach, äh, etlichen Jahren, äh, einfach eine Verbindung aufgebaut hat und es einfach wie, äh, nicht einfach nur noch ein, äh, Arbeitsverhältnis war, es war ja auch schon ein freundschaftliches Verhältnis einfach, was nach wie vor ist und, ähm, er kannte halt einfach meinen Körper wie, äh, wie kein anderer, ja, und wenn ich mal gesagt habe, da zwickt's, da zwickt's, wusste er halt genau, was, was zu machen ist und, ähm, ich, ich mochte es halt einfach immer, dieses, äh, äh, ja, bisschen extra zu geben, dass ich auch hundertprozentig funktionieren kann. Ich wollte es jetzt nicht nur einfach abgearbeitet haben, sondern es sollte einfach gut sein, ja. Deswegen habe ich zum Beispiel auch sämtliche, äh, Physiogeräte wie, äh, Coolingmaschine, Lymphomat, Sachen, alles, die ich zu Hause, äh, habe, äh, weil ich immer schon, die habe ich zu Hause, seitdem ich 21, 22 bin, weil ich immer festgestellt habe, äh, dass wir das auch alles in der Kabine hatten. Aber jeder, der die Sachen gemacht hat, immer gestresst war, immer geguckt hat, oh, noch 17 Minuten, oh, noch 15 Minuten, oh, ich muss nach Hause, ich will nach Hause, ja, ich bin einfach nach Hause gefahren, hab's zu Hause gemacht, hab Fernsehen geguckt, äh, mit meiner, äh, Frau gequatscht, äh, mit meinen Kindern haben schon gegessen, lag aber ganz entspannt da und, und hab die Zeit genossen, die ich, äh, zur Erholung gebraucht habe. Was die in der Kabine manchmal das Gefühl, äh, hatte ich, äh, nicht hatten, weil sie immer eigentlich mehr gestresst waren und einfach nur raus wollten und nach Hause wollten, hab ich mir diese Sachen halt schon immer zu Hause angeschafft, ja, und so, so war es auch mit dem Physio. Ich hab meine Zeit genommen, es war, wie gesagt, nicht nur einfach, ein Arbeitsverhältnis, sondern auch was Freundschaftliches, dass man sich auch nachher einfach da wohl gefühlt hat, ausgetauscht hat, eine coole Zeit hatte und, ähm, deswegen, für mich waren solche Sachen, äh, Extras schon immer, äh, sehr, sehr wichtig, dass ich, äh, da jetzt nie gedacht habe, oh, ich gebe jetzt unnötig Geld dafür aus, sondern, nein, das, äh, war immer einfach nur in meine Zukunft investiert und, das hab ich schon relativ früh so gemacht. Die Welt ist klein, Pierre, weil, äh, Henrik und ich spielen auch Fußball jeden Dienstagabend und tatsächlich, der Physiotherapeut Flo, heißt er, hat uns auch sehr oft schon in dieser Runde beehrt, die letzten Jahre leider nicht mehr, aber wir haben ihn trotzdem dazu bewegen können, auch dir eine Frage zu stellen. Hallo, lieber Pierre, vielen Dank für die Gelegenheit, dass auch ich dir eine Frage in eurem Podcast stellen darf. Ich war so frech und hab mir zwei Fragen ausgedacht und hoffe, dass ihr die beide unterbekommt und Pierre beide wahrheitsgemäß beantworten wird. Und ich starte direkt durch mit der ersten Frage, die wäre, lieber Pierre, wo besteht mehr Wiederholungsgefahr? Worauf hast du mehr Lust, es noch einmal zu machen? Unsere gemeinsame Reise mit Ralle oder einen wunderschönen Abend mit Hartmut zu verbringen? Ja, wäre, was du anstrengender fandest, den morgendlichen Sieben-Uhr-Lauf mit Bruno um die Alster oder von Jana ein Block, ein Block, ein Block, immer weiter durch New York geschoben zu werden. Ich freue mich auf den Podcast, um Pierre's Antworten zu hören, wobei ich mir fast bei beiden Fragen die Antwort denken kann und ja, macht's gut. Ja, wir können uns die Fragen nicht denken, die Antworten nicht denken, deswegen müssen wir einmal vorsortieren, also Frage 1 Ralle oder Hartmut. Genau, die musst du vielleicht einmal hier auch den Hörern einführen, wer das eigentlich ist. Das Witzige ist, dass der erstgenannte Ralle, das war ein Pilot, der uns nach Leeds damals geflogen hat, wo Flo und ich zusammen hingeflogen sind, weil wir noch zum Medizincheck einmal mussten und es war, wie soll ich sagen, eine sehr innige Reise, weil so eine Rose noch auf dem Tisch stand und so im Flieger. Es war derbe witzig einfach und Hartmut ist der legendäre Hartmut Engler, der und wir sind große Pur-Fans und deswegen, also wie auch jetzt schon wieder geplant, wird wahrscheinlich dieses Jahr wieder Pur in Hamburg auftreten und wir werden wahrscheinlich wieder am Start sein und deswegen zu Frage 1 wird das wahrscheinlich immer wieder wiederholen können, ist auf ein Pur-Konzert zu gehen. Es war, es ist und war immer was Außergewöhnliches. Pur ist einfach eine mega geile Band und man muss einfach sagen, der Flow, der da entsteht bei diesen Konzerten ist schon sehr, sehr cool. Erste Grüße an Hartmut Engler. Hast du ihn mal kennengelernt persönlich? Nee, tatsächlich nicht, tatsächlich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass er ein richtig cooler Typ ist auf jeden Fall. Seine Lieder können wir, denke ich, auch mit singen, aber das müssen wir jetzt hier nehmen. Das lassen wir lieber, kommen wir lieber zur zweiten Frage von Flo. Ja. Was war schlimmer, der 7 Uhr Lauf mit Bruno Labbadia um die Alster, das können wir uns vorstellen, mit Jana, das darfst du gleich gerne aufklären, Block um Block um Block durch New York zu laufen? Ja, Jana ist Flos Frau und meinte, wir wollten nur einen Kaffee aufsuchen und meinte, hat das nur fünf Blocks entfernt. Ja, diese fünf Blocks waren dann gefühlt drei Stunden entfernt. Deswegen, es war sehr, sehr anstrengend. Mit Bruno, muss ich leider wirklich sagen, die Anstrengung hat sich in Grenzen gehalten. Es war einfach nur dieses Gefühl. Doch, doch, er ist mitgelaufen. Er ist vorweg gelaufen wahrscheinlich. Ja, Bruno ist sehr, sehr lauforientiert und liebt es und ich habe immer die Worte in meinem Kopf zu jeder Sommerpause, dass es ja nicht schadet, obwohl man Urlaub hat. Trotzdem kann man ja jeden zweiten Tag einfach mal 40 Minuten laufen gehen. Die restlichen 23 Stunden des Tages macht man ja dann nichts. Bruno hat immer sehr, sehr viel gefordert, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es hat auch gut getan. man ist an seine Grenzen gekommen, man hat alles aus sich rausgeholt und es war eine sehr, sehr lehrreiche Zeit, aber anstrengender waren trotzdem die paar Blocks in New York. Bruno ist ja jetzt Trainer beim VfB Stuttgart wieder und trotzdem kann man ihn immer mal wieder auch an der Außenalster treffen, weil er sein Lebensmittelpunkt ist, weil er in Hamburg, könnte er dich in der Außenalster treffen, also bist du da manchmal jetzt am Rumlaufen, wenn du gefordert bist? Ja, absolut, absolut, also ich bin jetzt nicht täglich da am Rumlaufen, aber drei, viermal die Woche versuche ich es schon, vor allem morgens, ich bin nicht so der Nachmittagsläufer, aber ich muss ganz ehrlich sagen, klar, wenn ich Bruno sehen würde, wir hatten ein gutes Verhältnis, also hallo würde man sich auf jeden Fall sagen. Wir haben eben das Stichwort New York gehört, wäre das vielleicht sogar auch nochmal eine Möglichkeit für dich, in den USA zu spielen? Gab es da vielleicht mal einen Gedanken oder eine Option? Wie gesagt, Tim Leibold vom HSV ist ja gerade wie Angelique wie gesagt, ich bin offen für alles, falls sich auch diesbezüglich Optionen ergeben sollten, höre ich sie mir gerne an, deswegen, also ich will mir im Moment keine Tür verschließen, dass ich jetzt sage, da will ich nicht auf gar keinen Fall hin oder so und deswegen, die MLS wäre natürlich sicherlich auch einfach erfahrungstechnisch und man hat einfach gesehen, die letzten Jahre der Fußball hat natürlich trotzdem auch einen Fortschritt dort genommen und deswegen, also interessant wäre es auf alle Fälle. Du hast ja für viele gerade so das eine Sehnsuchtsziel, für viele andere, die orientieren sich mehr in Richtung Wüste, sage ich mal, also Katar, Saudi-Arabien und so weiter, Ronaldo ist jetzt gerade dahin, Marco Reus wird gehandelt, auch beim HSV, Sonny Kittel überlegt, ob das ein Ziel für ihn sein könnte, du hast jetzt drei Jahre dort gespielt, was ist dein Fazit, also kannst du das nachvollziehen, man muss ja wahrscheinlich so ehrlich sein, dass die Hauptmotivation schon auch immer noch dann da das Geld ist, oder? Natürlich spielen finanzielle Aspekte eine Rolle, definitiv, nichtsdestotrotz hatte ich immer das Ziel für mich, nicht wie vielleicht viele andere Profis, die in die Wüste gewechselt sind, sage ich jetzt einfach mal meine Karriere ausklingen zu lassen, sondern ich habe relativ früh oder dauerhaft einfach versucht, mich immer in einem Top-Zustand zu behalten, ich glaube, wo du mich auch in Katar besucht hast, sage ich alles andere als in Urlaubsverfassung aussehen. Kann ich bestätigen? Ja, deswegen, also ich habe immer versucht, auf mich zu achten und das Beste aus mir rauszuholen. Man muss einfach dazu sagen, dass die Mentalität komplett eine andere ist als, wie wir wahrscheinlich in Europa kennen, wahrscheinlich auch in Amerika. Man muss sich damit auseinandersetzen, man muss auch erstmal ein Gespür dafür bekommen, weil es wirklich komplett was anderes ist, wenn man es irgendwann mal dann verstanden hat und akzeptiert hat, das vielleicht auch mal weniger Feuer im Training ausreicht, also mit Feuer meine ich, dass ich jetzt wie Bacca vorhin schön beschrieben hatte, dass ich sehr, sehr feurig, wenn es um Trainingsleistung geht, bin, dass man da vielleicht mal die Kirche im Dorf lässt, dann kann man da eine sehr gute Zeit haben und auch trotzdem eine sportlich attraktive Zeit, weil man hat trotzdem, Ravi Martinez ist nach wie vor da, was hatte ich jetzt, ist nicht noch einer, einige Spieler sind jetzt in die Wüstenregion gewechselt und ich muss ganz ehrlich sagen, jeder muss seine Erfahrungen ein bisschen selber machen, ich kann es empfehlen, aber man muss auch ein bisschen der Typ dafür sein und bei mir war es ein bisschen zwiegespalten, ich bin halt einfach zu brutal ehrgeizig, dass ich manchmal so ein bisschen zu viel Reibung mit meinen Mitspielern halt einfach hatte, weil sie es halt einfach nicht so gewöhnt waren, ja vielleicht die meisten Spieler kommen hin und sagen, ach ich lasse ein bisschen ausklingen, hier ein bisschen, da ein bisschen, ich hatte trotzdem noch das Feuer in mir, ja und deswegen, wenn man halt ein Typ ist, der vielleicht trotzdem von Haus aus schon ein bisschen ruhiger ist, der vielleicht manchmal das Training entspannter angeht, wird wahrscheinlich viel, viel besser da klarkommen und deswegen, also ich kann es nur jedem empfehlen und jeder muss einfach seine eigenen Erfahrungen machen und ja, ist auf jeden Fall schön. Du hast gesagt, das ist eine Typsache, Sonny Kittel hast du jetzt nicht mehr kennengelernt beim HSV, der kam dann in dem Sommer nach dir, würdest du ihn trotzdem so als Typ einschätzen, dass das passen würde mit ihm und möglicherweise ein Kapitel in der Wüste? Ich hatte jetzt irgendwie gesehen, dass er Amerika eine Rolle spielt, oder? Das war es letztes Jahr, Wie gesagt, ich kenne ihn nicht, also nicht mal persönlich, ich habe nicht mal ein Wort mit ihm gewechselt, deswegen ist es derbe schwierig für mich einzuschätzen. Wie ich auf dem Platz bin und wie ich zu Hause bin, sind auch, oder privat bin, sind zwei verschiedene Welten, ja, deswegen, ich weiß nicht, also ich kann ihn 0,0 einschätzen und ich glaube, die Entscheidung muss er für sich selber treffen, ob er dafür gemacht ist. Wenn er dich fragen würde, würdest du es Ihnen durchaus dann empfehlen? Empfehlen, auf jeden Fall, es ist eine Erfahrung, aber man muss auch ein bisschen dafür gemacht sein, weil, dass trotzdem viele Einheimische nicht auf dem, nicht mal ansatzweise ein bisschen auf dem europäischen Level sind, muss man auch erstmal akzeptieren, ja, hier ist selbst der 38. Mann im Kader, ist ein ordentlicher Fußballspieler, da ist der 15. eigentlich so auch nicht, ja, ja, hält sich manchmal so ein bisschen in Grenzen halt einfach und das muss man halt einfach abschätzen und für sich auch einfach entscheiden, ja, und wie gesagt, selbst wenn ich jetzt ein Angebot nochmal bekommen würde, könnte ich mir vorstellen, das zu machen, weil ich aber jetzt auch schon ein bisschen diese Erfahrung habe und weiß eventuell, wie ich mit diesen Leuten, mit der Art und Weise, wie vor Ort umgegangen wird, umzugehen habe, ja, aber da muss man sich auch erstmal ein bisschen reinfuchsen. Wir können ehrlicherweise noch sehr gerne sehr lange weiter mit dir schnacken, wir haben jetzt aber schon eine gute Stunde hinter und deswegen fürchte ich, müssen wir langsam in Richtung Ende einbiegen und ganz zum Schluss haben wir immer unsere Schlussrubrik und die heißt Meine Top 3 Ja, jetzt haben wir über viele Ligen und Länder gesprochen, vielleicht als Top 3 könntest du mal so erzählen, wenn jetzt Anrufe kommen würden, Anfragen, bei welchen drei Clubs würdest du auf gar keinen Fall Nein sagen, wo würdest du sofort am Start sein? Schalke, 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 Aufgrund seiner Herkunft? Ja, einfach einfach meiner Herkunft und dass das trotzdem mein Kindheitsverein halt irgendwie ist und trotzdem irgendwie auch immer insgeheim ein kleiner Traum war, einmal im Profibereich nicht in dem Stadion zu spielen, habe ich ja geschafft, aber für diese Mannschaft aufzulaufen und ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, ist es tatsächlich Liverpool, Liverpool wäre sehr, 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 sehr geil, wirklich. Wir würden bei Jürgen Klopp ein gutes Wort für dich einlegen. Ja, gerne, gerne. Ich komme auch als Stürmer Nummer 4 erstmal, um mich hochzuarbeiten oder so. Also ich bin nicht anspruchsvoll. Ich werde durch Leistungen überzeugen und dann muss ich ich möchte dich an den Namen dieses Podcasts erinnern, an der da heißt HSV, wir müssen reden, aber jetzt, was ist deine Nummer 3? Ja, und dann wünsche ich mir natürlich nochmal, dass ich jetzt vielleicht morgen oder übermorgen einen Anruf vom HSV kriege, dass ich direkt startklar bin und da nochmal auflaufen kann. in Hamburg gerade bist, das wäre also alles... Na klar, wäre praktisch, wäre praktisch, wäre sofort einsatzbereit, habe meine Schuhe hier. wo er sich zu melden hat. Ja, einfach anrufen, wir sind da. Wir werden Jonas Bolt Bescheid sagen, dass er das mal bitte machen soll. Wir wünschen dir auf jeden Fall so oder so, dass ein fetter Klub demnächst, den nächsten Tagen um die Ecke kommt und du noch viele, viele Tore schießt. Vielen Dank, dass du eine gute Stunde hier bei uns warst, auf jeden Fall. Nicht dafür, ich danke euch. Ja, und wir werden uns dann nach dem Rückrundenauftakt gegen Braunschweig wiederhören, dann in der kommenden Woche vor dem ersten Auswärtsspiel des Jahres in Heidenheim in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast